Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt, heute mit einem echten Kraftpaket, nämlich dem Mercedes-AMG C63 S. Hier unter der Haube ist unter anderem ein V8 Biturbo und was der so braucht bei 100 km normaler Fahrt über Land durch die Stadt und über die Autobahn, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's mit unserer Verbrauchsfahrt im Mercedes-AMG C63 S, der aktuell stärksten C-Klasse im Markt, zumindest serienmäßig. Unser Fahrzeug hier wird angetrieben von einem 4 Liter V8 Biturbo-Motor und der liefert 375 kW bzw. 510 PS und das Ganze gekoppelt mit einem maximalen Drehmoment von 700 Newtonmetern. Das ist also schon eine ordentliche Anzahl an Pferdchen unter der Haube. Das Ganze ist hier permanent gekoppelt mit der 9-Gang-AMG-Automatik. Jetzt schauen wir doch mal, was wir so brauchen mit unserem leistungsstarken Fahrzeug hier. Auf unserer Strecke 100 km bei normaler Fahrt über Land durch die Stadt und über die Autobahn. Wie immer habe ich bei mir im Fahrzeug die Klimaanlage eingeschaltet. Wie immer habe ich sie auf niedrigste Ventilationsstufe eingeschaltet, um das Geräuschniveau niedrig zu halten. Und wie immer fahren wir ganz normal. Wir haben aktuell 17,5 Grad Außentemperatur. Es ist Mittag und aktuell regnet es mal nicht. Es darf gerne so bleiben. Aber wir hatten diese Woche bisher wenig Glück mit dem Wetter. Deswegen würde ich jetzt nicht zu viel Zuversicht ausstrahlen wollen, obwohl ich hier gerade die Sonne am Himmel sehe. Mal schauen, wie es weitergeht. Was hier im C63 sofort auffällt, ist, ich kann auf fast jeder Strecke die 100 km pro Stunde fahren. Auch auf diesen etwas kurvigeren Landstraßen. Das liegt einfach daran, dass der Wagen extrem sportlich abgestimmt ist. Wir haben hier unter anderem noch einen Sperrdifferenz an der Hinterachse. Wir haben hier eine automatische Regulierung im Fahrwerk, die blitzschnell den Wagen immer auf die Situation anpasst. Und mir so natürlich wirklich richtig satt Bodenhaftung gibt. Also ich habe hier im Wagen eigentlich so gut wie immer mehr als ausreichend Grip. Und das Schöne hier im Auto ist, dass eben auch die Lenkung extrem präzise und sehr feinfühlig ist. Und das macht natürlich schon sehr viel Spaß, gerade hier auf diesen Landstraßen, wenn man eben so ein paar Kurven fahren darf. Man muss gar nicht zu schnell fahren, um hier richtig Spaß zu haben, denn wie gesagt, Gott sei Dank sind die Kurven hier in Niederbayern ab und zu mal ein bisschen enger. Auch dort, wo 100 erlaubt sind. Der AMG C63 S ist von vorne sehr gut zu erkennen durch den großen AMG Kühlergrill mit den aufstehenden Rippen. Das ist ein ganz klares Kennzeichen für die Top-Version, denn sowas finden wir normalerweise nur zum Beispiel am AMG GT. Und wenn wir dann vorne weiter schauen und gucken uns den Stoßfänger an, wir haben hier diesen extra Schwung drin im vorderen Stoßfänger mit der scharfen Abrisskante hier. Das ist auch wieder ganz klarer Hinweis auf die Top-Motorisierung. Und bei dieser Motorisierung sind außerdem die seitlichen Lufteinlässe auch nochmal größer gestaltet. Wichtig bei unserem Auto, wir haben das sogenannte Night-Paket an Bord. Das kostet rund 1100 Euro und damit sind hier einige Elemente in glänzend schwarz gehalten. Das sorgt einfach für einen größeren Kontrast oder je nach Fahrtgebung auch für fließendere Übergänge. Und ganz wichtig, wir haben bei uns am Fahrzeug das Lichtpaket mit an Bord. Das heißt, wir haben hier die sogenannten Multi-Beam-Scheinwerfer mit Ultra-Range Fernlicht. Das Package kostet hier knapp über 900 Euro. Außerdem wichtig beim Auto, wenn ihr ihn von vorne anschaut, ist, er ist ganz klar breiter als die normale C-Klasse. Und das kann man sehr gut hier an den Schwellern erkennen. Der Wagen steht von vorne einfach schon ganz anders und viel satter da. Die Sitze hier im AMG, die bieten unglaublich viel Seitenhalt. Und ganz wichtig, sie sind auch nochmal einstellbar. Das heißt, ich kann hier unten am Sitz sowohl die Freiheit am Becken wie auch die Seitenwangen der Sitzes nochmal einstellen und sie enger oder weitermachen. Und das Ganze hat allerdings einen kleinen Nachteil, denn bei mir im Auto sind die sogenannten AMG-Performance-Sitze eingebaut. Das ist Sonderausstattung oder Sonderzubehör und kostet leider 1950 Euro Aufpreis. Aber ich wette, auch die normalen AMG-Sitze, die hier verbaut sind, bieten sicherlich genug Seitenhalt. Wichtig ist aber zu wissen, das sind halt echte Sportsitze. Und dementsprechend bieten sie eigentlich noch genug Komfort. Aber wenn man mit dem Auto länger unterwegs ist, dann muss man ganz ehrlich sagen, gibt es sicherlich auch eine Möglichkeit, irgendwo anders bequemer zu sitzen. Das Platzangebot hier im AMG C63 oder C63S ist für Fahrer und Beifahrer wirklich sehr ordentlich. Also ich sitze hier sehr gut, habe mehr als genug Platz. Auch hier oben, wie man sieht, Kopffreiheit noch reichlich da und das, obwohl ich recht gerade im Auto sitze. Wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns jetzt nochmal bei einem kurzen Stop an. Aber nichtsdestotrotz, auch für große Personen wie für mich ist das Fahrzeug als Fahrer oder Beifahrer sehr, sehr gut geeignet. Der einzige Nachteil, wie in vielen anderen AMG-Modellen auch, die Kopfstütze hier, die integrierte Kopfstütze im Sportsitz, ist für mich ein bisschen zu niedrig und ist leider, da sie eben integriert ist, nicht höhenverstellbar. So, der Zwischenstopp, um zu schauen, passe ich eigentlich auch hinten in den C63S. Mein Sitz ist wie vorher nicht verstellt und ich sitze, wie ihr hier gut sehen könnt, extrem gerade im Auto. Jetzt habt ihr was zu lachen, das verspreche ich euch. Ich muss nämlich da rein und das könnte etwas eng werden. Also meine Füße passen hier unten kaum noch drunter. Meine Knie liegen an, ich kann den Fuß noch nicht mal gerade machen. Ich stoße mit dem Kopf an. Für mich hinter mir ist das nichts, aber ich denke, bei normalen großen Menschen könnte es funktionieren, obwohl meine Füße muss ich jetzt gleich jetzt mal irgendwie wieder da rauskriegen. Das ist einer der schönen Dinge an diesem Fahrzeug, der Sound, denn der ist wirklich sehr ordentlich und ganz wichtig, wir haben hier im Fahrzeug serienmäßig eine Abgasanlage mit einem Klappensystem eingebaut. Und dieses Fahrzeug hier hat sogar, leider auch wieder Sonderausstattung, sogar noch mal eine Steigerung dieser Geschichte und eine Performance-Abgasanlage dran mit einer zusätzlichen Klappensteuerung. Und damit kann man hier im Auto noch mehr Lärm machen. Und das kann ich hier sehr schön demonstrieren, indem ich einmal mal auf den Knopf hier unten drücke. Mal kurz sagen, mach mal den Sound an. Und dann hört sich das so an. Machen wir jetzt mal wieder aus, stört beim Moderieren. Hier im Fahrzeug ist normalerweise in der Mittelkonsole ein 7 Zoll hochauflösendes Display eingebaut. Das gibt es ohne Aufpreis dazu. Und wenn man mehr haben will, dann gibt es auch ein rund 10 Zoll großes Display. Das allerdings ist aufpreispflichtig. Das gibt es aber auch in Verbindung mit dem Command Online Navigation zu der Infotainment System. Und dann ist es da im Preis inbegriffen. Der Preis allerdings für dieses Command Online liegt bei 2.450 Euro. Ebenfalls leider nicht Serie, aber hier bei uns im Fahrzeug vorhanden ist das rund 12,3 Zoll große volldigitale Cockpit. Und das muss ich sagen, ist sehr, sehr schön abzulesen. Vor allem bietet es, wie man hier auch sehen kann, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Dinge an sich anzeigen zu lassen. Ich habe hier verschiedene Stile, die ich wählen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir die Anzeigestile aussuchen, die ich wählen möchte. Da gibt es jetzt an der Zahl 3, nämlich einmal Supersport. Das ist der mit dem großen zentralen Drehzahlmesser mit der großen Ganganzeige. Es gibt aber dann zum Beispiel auch die sportliche Variante. Das sind zwei sehr dominante, angedeutete Rundinstrumente mit Zusatzinformationen da drin. Und es gibt halt auch noch eine, die heißt Klassisch. Da sieht das Ganze ein bisschen reduzierter aus, alles eher so in Blau gehalten, ein bisschen unauffälliger. Ich persönlich finde aber diese Supersportanzeige zum Fahren tatsächlich sehr, sehr schön. Denn damit habe ich genau die Informationen im Zentrum meines Blickfeldes, die mich am meisten interessieren. Nämlich die Drehzahl, die Ganganzeige und im Zweifelsfall auf öffentlichen Straßen natürlich die Geschwindigkeit. Die Materialauswahl und die Verarbeitung hier in dem C63 S, dieses, ja, ich meine über jeden Zweifel erhaben ist vielleicht zu viel gesagt, aber im Grunde genommen ist es das. Ich habe wirklich tolle Materialien, so wie ich es von AMG kenne. Die sind sehr schön verarbeitet. Ich habe hier im Auto schöne Ziernähte, sowohl auf den Sitzen wie auch hier oben am Armaturenbrett oder im Lenkrad. Das Ganze, ja, die ganze Anmutung, die ist einfach sehr, sehr schön. Auch sehr dynamisch, denn ich habe hier unter anderem auch noch so metallische Oberflächen. Hier in der Mittelkonsole so einen hellen Carbon-Look. Und das finde ich macht insgesamt einfach einen sehr, sehr guten, sehr hochwertigen Eindruck. Und vermittelt durch diese Farb- und Materialkombination auch nochmal so ein, ja, extra Sportlichkeit. Und das passt einfach sehr gut zum Fahrzeug. Es gibt hier im C63 S unterschiedliche Fahrprogramme. Neben dem Individualprogramm, das ich eben mir so konfigurieren kann, wie ich es will, gibt es ja auch eins, das heißt Glätte. Also für, sagen wir mal, rutschige Untergründe, dann habe ich eins, das nennt sich Komfort. Das ist das, in dem ich normalerweise unterwegs bin. Darüber hinaus gibt es dann auch Sport und Sport Plus. Da wird das Fahrzeug halt immer schärfer geschaltet, lässt immer nochmal mehr zu. Und dann gibt es nochmal, allerdings nur für den C63 S, das Fahrprogramm Race. Und das ist halt wirklich so die oberste Spitze dessen, was man hier noch zulassen kann, ohne dass es, naja, unsicher wird. Und wenn ihr hier umschaltet, wie ich das jetzt zum Beispiel mache von Komfort auf Sport, verändert sich sofort die Drehzahl. Das Auto ist sofort straffer, fühlt sich einfach knackiger an. Auf Sport Plus geht es nochmal, auch mit der Drehzahl nach oben, nochmal das Ansprechverhalten verändert. Und wenn ich dann eben gesagt auf Race gehe, dann versucht das Fahrzeug im Endeffekt mir jegliches Limit zu nehmen. Das heißt, dass ich aus dem Auto wirklich alles rausholen kann, was irgendwie geht. Und das lassen wir für die normale Fahrt jetzt mal beiseite. Denn auch im Komfortmodus ist der Wagen bereits so sportlich, dass man kaum mehr braucht. Apropos Sportlichkeit. Es gibt bei diesem Fahrzeug nämlich einen ganz klaren Nachteil. Und der ist extrem wichtig, wenn ihr euch entscheidet, diesen Wagen zu kaufen. Der C63 S, der ist bereits im Komfortmodus extrem straff abgestimmt. Und mit extrem straff meine ich extrem straff. Wenn ihr zum Beispiel, so wie ich das hatte, über eine Landstraße fahrt und da war vor fünf Tagen ein Traktor und hat ein bisschen Dreck verloren. Und da wurde seitdem festgefahren. Das heißt, wir reden über so ein kleines bisschen Dreck auf der Straße. Dann merkt ihr das sofort in der Lenkung. Ihr merkt das sofort auch im Fahrzeug, also auch im Hintern, dass ihr über etwas drüber fahrt, das auf diese glatte Straße eigentlich hingehört. Das hat große Vorteile, wenn es darum geht, wie viel Rückmeldung kriege ich vom Auto. Und das ist hier tatsächlich so, dass man sagen muss, das überfordert einen schon fast beim normalen Fahren. Wer es aber will, der kriegt wirklich alles an Infos über eben diese Sensorik, die man sich nur wünschen kann. Für die tatsächlich komfortable Fahrt, zum Beispiel über Kopfsteinpflaster oder durch die Stadt auf unebeneren Flächen. Oder ich hatte es auch auf der Autobahn, eine Autobahn mit Querrillen. Das ist tatsächlich nicht komfortabel. Ihr sitzt dann wirklich in einem Sportwagen und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man ihn kauft. Denn ihr fahrt damit vielleicht auch Oma besuchen und Oma wohnt halt weit weg. Und dann ist das eben nicht so komfortabel. Und das ist genau das, was wir hier auch bei den Sitzen eben haben. Die sind bequem und sind komfortabel im Grunde genommen, sind aber eben Sportsitze. Und die meinen das ernst bei AMG. Das heißt, dieser Sitz bietet natürlich nicht den Komfort, den ich zum Beispiel im normalen Sitz der C-Klasse erwarten kann. Dafür sitze ich aber, naja, einfach mal, sagen wir mal, fester im Sattel und habe das Auto dann, wenn es darauf ankommt, entsprechend gut unter Kontrolle. Unser C63 S hier, der präsentiert sich in der Farbe Brillant Blau Metallic. Und die kostet leider rund 900 Euro extra, aber mein Favorit dafür wäre sowieso eher ein dunkles Grau und möglichst als Mattlack. Wenn wir uns hier vorne die Rathäuser, die verbreiterten, anschauen, dann stehen da drin wunderschöne 19 Zöller. Wichtig ist, die S-Version kommt serienmäßig auf 19 Zöllern, die normale 63er-Version auf 18 Zöllern. Das hier sind aber nicht die Serienräder, sondern das sind Schmiederräder. Leider aufpreispflichtig rund 2000 Euro. Wenn ihr euch das Auto insgesamt anschaut, der ist ein Takt flacher als die normale C-Klasse und eine ganze Ecke länger. Und dadurch wirkt er einfach nochmal gestreckter und nochmal dynamischer. Und das Ganze wird hier bei uns noch unterstützt durch das Carbon-Paket. Denn wir haben hier zum Beispiel den Rückspiegel und auch hinten den Abriss-Spoiler, die Abrisskante auf der Heckklappe in Carbon. Und dann, wenn wir uns mal wieder nach vorne bewegen würden, stellen wir fest, in unseren wunderschönen Schmiederrädern, da passt diese große Scheibe von der Bremse gerade eben so rein. Und die Bremssättel haben eine völlig andere Farbe als normal und das liegt daran, dass wir hier die Keramikbremse verbaut haben. Leider kostet die auch 5000 Euro, aber die hat den großen Vorteil, dass wenn ihr das Auto wirklich extrem beansprucht, dann ist die immer noch sehr fein dosierbar und im Zweifelsfall packt sie richtig fest zu. Eine C-Klasse, die gibt es bereits ab rund 33.000 Euro. Das ist dann, glaube ich, der C 180, also ganz normale C-Klasse Basisausstattung. Wenn ihr einen AMG C 63 S haben wollt, dann müsst ihr allerdings schon knapp unter 87.000 Euro anlegen. Also eine doch völlig andere Zahl. Da ist aber dann immer noch nicht alles drin, was man sich denn so wünscht, wenn man so ein Fahrzeug fährt. Und wenn ich mir hier unser Auto anschaue, das ist wirklich vernünftig ausgestattet, dann wird die Liste der Sonderausstattung doch relativ lang und damit wird das Auto relativ teuer. Und so kommt unser Fahrzeug hier auf einen Endpreis von über 120.000 Euro. Nochmal, 120.000 Euro. Und damit ihr mal seht, wie das passiert oder woher das kommt, hier mal die Liste der Sonderausstattungsmerkmale, die bei unserem Fahrzeug dazu konfiguriert werden. Unser C 63, der ist kein altes Auto. Den Wagen gibt es noch gar nicht so lange, denn er hat ja gerade erst einen Facelift bekommen. Aber dennoch gibt es in diesem Fahrzeug etwas nicht, was wir bereits in der A-Klasse finden, nämlich MBUX, also das neue Mercedes Infotainment System. Und das ist ein bisschen schade, denn zum einen habe ich hier zwar ein digitales Cockpit und auch ein 10 Zoll Zusatzmonitor, aber ich habe eben dieses Widescreen System nicht, das ich in vielen anderen neuen Fahrzeugen von Mercedes finde. Und ich kann hier natürlich Apple CarPlay nutzen und Android Auto nutzen, um meine Mobilgeräte zu verbinden, aber dieses MBUX bietet halt nochmal deutlich mehr. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Sprachsteuerung reden, dann funktioniert die hier auch, aber kann man halt mit MBUX nicht vergleichen. Und ich hoffe einfach mal, dass Mercedes spätestens beim nächsten Update das auch hier in der C-Klasse beziehungsweise den C 63 unterbringt. So, jetzt geht es gleich für mich auf die Autobahn und wir haben jetzt 29 Kilometer hinter uns, aktuell einen Durchschnittverbrauch von 8,8 Litern. Und ja, auf der Autobahn gebe ich mal eben ein bisschen Gas, denn was wichtig ist bei dem Auto, der beschleunigt dank der Leistung nicht nur in 4 Sekunden von 0 auf 100, nein, er ist auch, wenn er nicht abgeregelt ist, 290 Kilometer pro Stunde schnell. So, jetzt genießen wir mal kurz den Sound mit offenem Auspuff. Und da könnt ihr sehr schnell sehen, egal wen oder was ihr hier auf der Autobahn vor euch habt, ihr seid relativ schnell vorbei. So, Lärmbelästigung jetzt natürlich schon sehr ordentlich, ich verfahrt jetzt aber auch schon über 200. Und damit ihr mal ein Gefühl dafür klickt, wie schnell der beschleunigt ist. Jetzt bei 250 gleich. Und wir werden da jetzt mal aufhören, denn da vorne blinken bunte Lichter. Und ich schalte auch mal den Auspuff wieder leiser. Das war übrigens weder im Sport noch im Sport Plus Modus. Das war Komfort. Da komm raus. Also er beschleunigt wirklich unglaublich schnell. Was mir übrigens aussieht, ist, dass sich unglaublich schnell der Verbrauch verändert. Denn jetzt wird er schon angezeigt mit 10,6 Litern. Aber es ist wirklich so, das ist einfach kein Auto, mit dem man cruised, mit dem man 120 fährt die ganze Zeit. Das macht man einfach nicht. Hier fährt man doch tatsächlich auch mal ein bisschen schneller. Und das macht richtig Spaß. Aber man muss auch wirklich die Augen offen halten. Denn nicht jeder Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn versteht, dass es Autos gibt, die so schnell sind und die vor allen Dingen auch so schnell beschleunigen. Dieser Kickdown ist krass. Ich bin wieder drüber, 220. Das ist unglaublich. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass AMG das ein bisschen besser in den Griff kriegt. Ich tippe aber mal, dass es vielleicht auch daran liegt, dass der Wagen leicht gehalten wird. Und dass das zu Lasten dieser Kleinigkeiten geht, ist aber, wenn man ehrlich ist und jetzt mal wirklich Spaß beim Fahren hat, nicht so schlimm. Denn bei über 200 ist jetzt die Geräuschentwicklung nicht das, wo ich am ehesten drauf achte. Ich wollte es euch nur wissen lassen. Was ich hier eben auch nicht machen werde, wie gerade eben schon gesagt, ist jetzt die ganze Zeit 130 fahren. Denn das macht keiner, der sein Auto hat. Dafür ist er einfach nicht gebaut. Ich werde hier schon versuchen, ein bisschen zügiger zu sein. Was allerdings schwerfällt bei dem Verkehrsaufkommen. Denn ich fahre gerne schnell, aber ich bin nicht lebensmüde. Und ich möchte auch nicht den Leuten auf den Pelz rücken und hier dicht auffahren. Das halte ich auch nicht für so clever. Wir möchten uns schon so ein bisschen an die Regeln halten und trotzdem Spaß haben. Aber wie ihr es gerade wieder hört, wir sind jetzt bei 100. Ich muss dann um die Kamera gucken. 160. Da ist das Geräuschstück und auch in Ordnung. Wenn die schneller. 180, jetzt kommt der Wind. Und, aber, wie gesagt, es gibt schlimmere Schicksale, als in einem C63 S über 200 zu fahren. Übrigens noch mal kurz was zum Verbrauch. Ich bin mit dem Fahrzeug vor dieser Testfahrt schon eine längere Strecke unterwegs gewesen. Und es waren insgesamt, ich glaube, über 800 Kilometer, meine ich, die ich damit gefahren bin. So, jetzt haben wir freie Fahrten. Über 800 Kilometer. Und wir sind normal gefahren, typisch Deutschland, mit der Autobahn. Viele Geschwindigkeitsbeschränkungen, hier und da mal ein Stau. Mal langsam fahren. Aber trotzdem hat unser Verbrauch am Ende dennoch bei unter 12 Litern gelegen. Was mich tatsächlich extrem überrascht hat. So, was ihr jetzt schön sehen könnt, bei 250. Der Wagen ist hart. Das ihr an den Bewegungen von meinem Körper sehen könnt. Aber, das Schöne ist, er liegt einfach richtig gut auf der Straße. Mal ein bisschen langsamer machen. Da ist einer in einem LKW. Er liegt einfach immer super auf der Piste, sodass ihr nie das Gefühl habt, ihr könntet zu schnell sein. Und das fällt besonders auf, wenn ihr mal eine freie Autobahn habt und einfach mal langgezogene Autobahnkurven flott fahren könnt. Da, wo ihr mit einem anderen Auto anfangen und sagt, ich fühle mich jetzt nicht mehr so richtig wohl, geht es hier immer noch schön der Spur nach. Das einzige, was hier ebenfalls auffällt, ist das Lenkrad. Das ist halt extrem direkt. Das heißt, jeder Stoß, den ihr von der Bodenwelle oder so kriegt, den seht ihr sofort in der Lenkung. Und das ruhig zu halten, heißt dann schon, hier mal ein bisschen Kraft in die Arme zu bringen. Funktioniert aber problemlos. Wie gesagt, am Ende des Tages macht das mit dem Auto Schnellfahren einfach nur Spaß. Wie man jetzt gerade sieht, auch Bremsen ist hier überhaupt kein Problem. Weil ich dazu sagen muss, ich habe hier an Bord die Keramikbremsanlage. Auf Preis, wie jetzt nicht nur, ich glaube 4.200 Euro. Aber dafür packt die auch sowas von zu, dass man auch darüber vielleicht einfach mal nachdenken sollte. Wie ihr wahrscheinlich schon merkt, fällt es mir hier im Auto extremst schwer, Dinge nicht zu mögen. Und ich finde den Wagen richtig schön. Aber das ist genau der große Punkt, der mich bei diesem AMG stört und der mich bei anderen AMGs auch schon gestört hat. Aber auch bei anderen Performance-Fahrzeugen. Ich weiß nicht, warum man das nicht hinkriegt, dass so ein Fahrzeug einen Fahrwerksmodus bietet, der tatsächlich komfortabel ist. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich nur in der Stadt fahren oder ich habe mal eine Strecke, die nicht so 100% eben ist, dass ich einfach mal einen Fahrwerksmodi wählen kann, der eben nicht jeden Kieselstein sofort komplett durchmeldet. Und ich habe keinen Schimmer, warum das nicht geht. Vielleicht weiß einer von euch das und vielleicht werde ich einfach die Kollegen von AMG beim nächsten Mal nochmal fragen, woran das liegt. Denn es ist mir tatsächlich nicht klar. Ich finde es einfach nur schade. Ja, ich will so einen Wagen fahren. Ich finde das super, was der kann. Das macht unglaublich viel Spaß. Aber ich will eben auch mal in Ruhe über eine Strecke rollen können, die jetzt eben nicht glatt ist wie ein Babypupo, ohne dass ich permanent das Gefühl habe, ich kriege ja immer irgendwie irgendwelche Rückmeldungen. Vielleicht wisst ihr ja mehr als ich. Jetzt, wo ich hier gerade durch die Schilder gezwungen werde, langsam und ruhig zu fahren, kann ich zum Beispiel eine Sache ausprobieren, die hier im Auto sehr gut funktioniert, nämlich der aktive Spurhalteassistent in Verbindung mit dem adaptiven Tempomaten. Leider ist das in dieser Form auch aufpreispflichtig. Aber, ganz ehrlich, Mercedes hat bei diesem Thema adaptiven Tempomaten und Spurhalteassistent, wie ich finde, einen sehr ordentlichen Job gemacht. Der hält die Distanz zum Vordermann vernünftig. Es läuft alles smooth und easy und ist sehr, sehr, ja, sehr gut dosiert. Also, es macht tatsächlich Spaß, so zu fahren. Das ist dann, oder wäre dann entspannt, wenn ich in einem anderen Auto sitzen würde. Aber grundsätzlich, die Funktion ist sehr schön und ist auch, wie gesagt, sehr schön abgestimmt. Jetzt habe ich auch wieder freie Fahrt. Auch wer dir vielleicht schimpft, ich nutze das. Linker links, ganz wichtig beim Auto. Und rumzuck, wie er mitkriegt, bin ich jetzt schon bei über 200. Es geht so, ich habe nur leicht Gas gegeben, ich muss hier gar nicht viel tun. Schon sehr schön. Im Übrigen wichtig bei meinem Auto hier, ich habe dieses AMG Performance Lenkrad hier im Fahrzeug. Und das hat bei dem S diese Zusatzfunktion hier am Lenkrad. Nämlich hier unten links die Möglichkeit, das ESG auszuschalten. Sehr schön, oder teilweise auszuschalten. Daneben habe ich meine geliebte Auspufftaste, wo die Klappe aufgemacht wird. Sehr, sehr schön. Und ich habe rechts die Möglichkeit, die Fahrprogramme zu wählen. Das heißt, ich kann hier einfach am Regler drehen und kann eben von Komfort auf S, auf Sport Plus oder eben auf Race Umschalten. Und das heißt, ich muss dafür die Hände nicht mehr vom Lenkrad nehmen. Finde ich persönlich eine sehr ordentliche Idee. Macht absolut Sinn und die Elemente stören sonst überhaupt nicht. Außerdem wichtig beim Lenkrad, klar, es ist unten abgeflacht, wie es sich gehört für ein Sportlenkrad. Und ich habe hier große Schaltpaddel, die wirklich richtig schön in der Hand liegen, sich dran fassen lassen. Und habe natürlich auch hier vorne die neuen Touch-Sensoren, die wir bei dem Mercedes-Fahrzeug mittlerweile kennen. Mit dem linken kann ich den linken Teil hier, also das Cockpit in dem Fall, komplett steuern. Mit dem rechten kann ich mein Infotainment komplett steuern. Finde ich persönlich eine sehr ordentliche Sache. Und ansonsten ist auch dieses Lenkrad eigentlich ein echter Hingucker. So, unsere Autobahnfahrt, die ist jetzt vorüber. Wir haben jetzt insgesamt 40 Minuten Fahrzeuge, 54 Kilometer gefahren. Und haben jetzt aktuell einen Verbrauch hier, der angezeigt wird, von 12,5 Litern auf 100 gefahrene Kilometer. Aber, wie ich gerade eben schon erklärt habe, ich hoffe, es war nicht zu laut, ich bin mit dem Auto eine längere Strecke gefahren. Und zwar gemischt Landstraße, Stadt und viel Autobahn. Ich weiß nicht, warum der vor mir nicht fährt, aber gut. Und hatte am Schluss einen Durchschnittsverbrauch von unter 12 Litern. Und habe tatsächlich nicht auf den Verbrauch geguckt. Ich bin einfach nur gefahren. Ja, ich hatte zwischendurch einen Stau, auch mehr als einen. Und ja, ich hatte zwischendurch typisch für deutsche Autobahnen eine Geschwindigkeitsbeschränkung, auch mehr als eine. Aber ich bin zwischendurch auch mal kurzzeitig 270 gefahren. Und da, wo es ging, gerade auf dem Rückweg, den wir hatten, das war ungefähr halbe, halbe die Strecke, bin ich auch die ganze Zeit, soweit es irgendwie ging, zügig gefahren. Und ich finde, das ist ein Wert, mit dem ich mehr als leben kann bei so einem Fahrzeug. Wenn ich eben sage, das ist so das Typische, was wir auf der Autobahn vorfinden und das Typische, was wir bei Land vorfinden, was ich nicht gemalt habe. Ich bin halt nicht so viel damit in der Stadt gewesen. Aber nichtsdestotrotz, nur dass ihr eben nicht jetzt Angst habt, wenn ich den Wagen mal schnell irgendwo hinfahre, nicht direkt bei 18, 19 Litern. Natürlich braucht er, wenn ihr den Fuß voll durchtretet, richtig Sprit. Selbstverständlich braucht er das. Aber er braucht es eben nicht, wenn ihr normal Autobahn fahrt und fahrt auch mal schnell. Denn unsere Autobahnen aufgrund des Verkehrsaufkommens und aufgrund der Regulierung sorgen einfach dafür, dass der Durchschnittsverbrauch eben doch immer noch in einem Bereich bleibt, wo man nicht einen Kleinkredit braucht, wenn man mit einem Auto 500 Kilometer fährt. So, jetzt fahren wir gleich mal Richtung Stadtgebiet. Da geht es da ein bisschen ruhiger zu. Unser C63 S von hinten, der ist ein bisschen breiter, ein bisschen satter als die normale C-Klasse. Und dazu passend haben wir hier die schöne Abrisskante in Carbon. Ganz wichtig, außerdem, wir haben Rückleuchten in LED-Technologie. Und um diesem sportlichen Look das Fahrzeug so ein bisschen zu unterstreichen, gibt es hier diesen fetten Diffusor mit der zusätzlichen Abrisskante. Ein ganz klares Kennzeichen für die Top-Version. Und ganz wichtig, da unten, da spielt außerdem die Musik, nämlich zweimal zwei große Endrohre. Ganz wichtig hier, die sind eckig gestaltet. Beim normalen C63 sind die rund. Gutes Unterscheidungsmerkmal. Und wenn wir über das Thema Kofferraum beim Auto sprechen wollen, der bietet 435 Liter maximales Ladevolumen. Das mag dem einen oder anderen zu wenig sein. Aber es gibt das Auto ja auch noch als Cabrio, als Coupé und als Kombi. Und der Kombi, der bietet dann bis zu 1.480 Liter. Noch so ein kleiner Nachtrag von mir zum Heck. Etwas, das mich tatsächlich stört, das ist hier unten. Ja, ich finde diese Auspuff-Endtöpfe hier wirklich schön. Aber die sind leider nicht echte. Wenn ihr da mal genauer reinschaut, dann stellt ihr fest, dass dahinter zwei kleine Tütchen sind, wo die tatsächlichen Abgase rauskommen. Und das finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mir einfach optisch eine schönere Lösung gewünscht. So, jetzt rolle ich gemütlich durch die Stadt. Und jetzt kommt die erste Ampel, die auf Rot steht. Und was passiert hier? Start-Stop. Funktioniert hier im Auto sehr schön ruhig, unaufgeregt. Motor aus. Ganz entspannt, wie es sein soll. Übrigens sind wir in die Stadt reingerollt mit rund 12,5 Litern Verbrauch. Also von der Autobahn kommt. Immer gespannt, wie weit der Verbrauchswert jetzt runter geht. Ob wir unter die 12 kommen. Ich gehe aktuell schwer davon aus. Denn das Schöne ist mit dem Auto, kann man auf der einen Seite auf der Autobahn tatsächlich im neunten Gang mit, ich glaube, unter 3000 Umdrehungen 200 fahren. Auf der anderen Seite kann der aber natürlich auch durch das hohe Drehmoment, das er hat und die neun Gang Automatik, die mit an Bord ist, auch in der Stadt mit sehr geringen Drehzahlen fahren. Und das sollte eigentlich dafür sorgen, dass er hier ein bisschen was wiedergutmacht im Sinne von ein bisschen Sprit sparen. Jetzt schaue ich mal, wenn die Ampel umspringt. Ist jetzt soweit? Bevor ich mit dem Fuß auf dem Gas bin, ist der Motor schon wieder da und blubbert schon wieder schön vor sich hin. Übrigens für mich eine der Sachen, die ich am Auto unglaublich schätze. Das ist dieser Motor, nicht nur die Gewalt, die er hat, sondern auch diese Ruhe, diese Kraft, die er während der Ruhe einfach ausstrahlt. Und die man so vor sich hin blubbert, so wie jetzt. 1100 Umdrehungen, 50 Kilometer pro Stunde, ganz entspannt, ganz relaxed im sechsten Gang. Und das finde ich, das ist dann schon wieder sehr komfortabel. Dazu passt eben das, was ich jetzt gerade gespürt habe oder was ich hier wieder spüre, was auch? Dieser Gullideckel, den ich sofort überall merke, der passt da irgendwie nicht dazu. Jetzt habe ich hier wieder so einen, Achtung, fertig und das ist so ein bisschen, der gestört meine Ruhe. Also komfortabler bitte. So, Sportmodus liegt an. Jetzt schauen wir doch mal, ob er da auch den Start-Stop nutzt oder nicht. Das weiß ich nämlich gar nicht. Auto steht. Da ist der Start-Stop ausgeschaltet. Kann man übrigens sehr schön erkennen an dem Symbol oben zwischen den beiden Rundinstrumenten mit dem durchgestrichenen, im Kreis befindlichen A. Und damit wieder Sprit. Ein bisschen mehr Sprit sparen, gehen wir wieder auf Komfort. Und da sollte er dann gleich rausgehen. Für die normale Mercedes C-Klasse gibt es unterschiedlichste Motoren. Vierzylinder, Sechszylinder und so weiter und so fort. Und ich glaube, die fangen an bei 185 PS und gehen dann nach und nach hoch, je nachdem, was man sich so raussucht. Aber unser AMG C63 S hier, der spielt in einer völlig anderen Liga. Denn das hier ist ein Achtzylinder B-Turbo-Motor. Vier Liter Hubraum. Und der leistet 375 kW bzw. 510 PS. Maximal 700 Newtonmeter Drehmoment. Ist gekoppelt mit der 9-Gang-AMG Speedshift-Automatik. Und das reicht hier beim Fahrzeug für ganz erstaunliche Fahrwerte. 0 auf 100 in nur 4 Sekunden. Top Speed, wenn er offen ist. Also mit dem AMG Drivers Package. 290 Kilometer pro Stunde. Ich denke, das sollte genügen. Während ich hier gerade so gemütlich durch die Stadt rolle, ein bisschen was zum Thema Praktikabilität unseres AMG C63 S. Wenn wir über das Thema Ablagen sprechen, dann finde ich, dass der eigentlich genau das bietet, was man braucht. Also ich habe hier in der Tür Ablagen, die sind vernünftig, groß genug dimensioniert. Und vor allen Dingen hier vorne habe ich auch Flaschenablagen, an die ich gut rankomme. Das gilt für die Fahrer- und Beifahrerseite. Ich habe ein vernünftig dimensioniertes Handschuhfach. Und ich habe hier vorne eine verschließbare Klappe, in der ich übrigens auch mein Telefon laden kann. Die ist zweigeteilt, ein bisschen nach vorne rein. Super für ein Telefon, passt zum Beispiel ein iPhone 10 auch locker rein. Dann haben wir hier so einen Querbereich, wo ein Schlüssel oder ein Portemonnaie super reinpasst. Und wichtig, da ist auch ein USB-Anschluss. Den brauche ich, wenn ich hier im Auto Apple CarPlay oder Android Auto nütze. Und darüber hinaus habe ich dann hier nochmal, typisch für Mercedes, diese zweigeteilt aufklappbare Armlehne. Und darunter ein vernünftig dimensioniertes Handschuhfach. Auch hier nochmal zwei USB-Anschlüsse, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sodass da auch ein bisschen Platz ist. Dann gibt es bei diesem Auto hier oben noch eine Klappe für die Unterbringung der Brille oder Sonnenbrille. Und das war's. Was ich hier vorne eben nicht habe, das sind in der Mittelkonsole echte Becherhalter. Da muss ich dann eben mit den Türen vorlieb nehmen oder sie eben hier vorne reinstellen und dann ein bisschen vorsichtiger fahren. Passen würden sie, aber sie haben eben keinen echten Halt. Das ist ein bisschen der Nachteil. Aber auch hinten in den Türen sind die seitlichen Ablagen, wie ich finde, völlig normal dimensioniert. Und damit ist er für das, wofür er steht, finde ich, gut ausgerüstet, wenn es um das Thema Ablagen geht. So, aktuell haben wir 62 Kilometer hinter uns. Sind wir noch in der Stadt. Aktuell 12,3 Liter. Durchschnittsverbrauch angezeigt. Fahrzeit bisher 54 Minuten. Bin mal gespannt, wie das in der Stadt weitergeht. So, und jetzt sind wir auf so einer etwas unebeneren Straße hier im Mittellandshut. Und hier merkt man eben, wie straff das Fahrwerk wirklich ist. Denn ich kriege hier tatsächlich jede Unebenheit im Boden mit, wie vorher schon erwähnt. Und das wird gleich noch einen Tacken schlimmer. Denn jetzt wartet da vorne Kopfsteinpflaster auf uns. Und das, finde ich, solltet ihr tatsächlich mal mitkriegen, wie sich das dann anfühlt. Oder wie viel Bewegung und Lärm dann ins Auto kommt. Das hier ist jetzt Kopfsteinpflaster. Und diese Unebenheiten merke ich natürlich in anderen Fahrzeugen auch. Aber sie sind da einfach sanfter. Und jetzt wird es noch ein bisschen schlimmer, weil jetzt kommt das gröbere Kopfsteinpflaster. Und ich merke tatsächlich das in der Lenkung. Ganz deutlich. Und ich merke es eben auch im gesamten Fahrzeug. Überall kommen diese Stöße doch deutlich stärker durch als in vielen anderen Fahrzeugen. Ja, wir fahren ein Performance-Fahrzeug. Das weiß ich. Und das ist auch schön. Aber auch das könnte doch vielleicht für solche Situationen ein bisschen mehr Komfort geben. Um euren AMG so einzustellen, wie ihr es wirklich wollt, also noch feiner zu tunen, habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr das ESP hier über das Lenkrad ausschaltet oder den Sportmodus schaltet und haltet die Taste, auch die Traction Control manuell einstellen zu können. Und damit könnt ihr den Wagen noch ein bisschen schärfer machen und einfach noch ein bisschen mehr zulassen, wenn ihr denn zum Beispiel auf der Rennstrecke unterwegs seid und mal schauen wollt, wo euer Limit und nicht das Limit des Autos liegt. Meine Stadtfahrt nähert sich jetzt dem Ende. Und ich habe jetzt hier aktuell 75 Kilometer von meinen 100 Kilometern hinter mir und hatte ja gehofft, dass wir in der Stadt noch ein bisschen mehr Sprit einsparen können. Denn es war jetzt auch nicht so viel los. Ich bin eigentlich schön ruhig gefahren. Aber viel hat es nicht gebracht. Wir sind jetzt immer noch bei 12,2 Liter auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Und jetzt geht es gleich wieder auf die Landstraße bei normaler Fahrt, ganz wichtig. Vielleicht schaffen wir ja doch noch die 12 oder 11,9, was mich sehr freuen würde. Aber so oder so, das Auto ist angegeben mit 9,9 Litern. Da sollten wir vielleicht jetzt einfach auch mal nicht zu viel erwarten. Noch so eine kleine Anmerkung am Rande, die ich nicht falsch verstanden wissen möchte. 120.000 Euro sind unverschämt viel Geld für die meisten von uns. Auch für mich. Nicht falsch verstehen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mit so einem Auto unterwegs seid und zum Beispiel auf der Autobahn fahrt und wollt schnell fahren, es gibt so Momente, da wäre es mir, glaube ich, egal. Ganz ehrlich. Ich hatte so eine Situation jetzt auf der Autobahn auch nochmal so als kleinen Hinweis auf die Leistung dieses Fahrzeugs. Vor mir war ein A35 oder um genauer zu sein ein CL A35. Also auch ein AMG, auch mal so über den Daumen knapp 400 PS unter der Haube und fuhr mit mir zusammen schnell oder fuhr mir her schnell auf der Autobahn. Und dann kam der Punkt, wo er eingesehen hat, okay, wir haben drei Spuren, zwei davon sind komplett frei, also gehe ich doch mal nach rechts. Und das war in der Beschleunigung, also in der Beschleunungsphase von 160 hoch. Und mit dem Auto hier bin ich ganz locker, ganz locker einfach so an dem vorbeigezogen. Und er hat nicht nachgegeben. Er hat einfach nur dann erkennen müssen, es gibt eben doch einen Unterschied zwischen einem AMG in der A-Klasse und einem AMG in der C-Klasse. Und nochmal, nicht falsch verstehen, ich finde dieses Auto fahrdynamisch unglaublich gut. Es macht richtig Spaß, aber A, ist bei mir einfach zu teuer und B, leider hier und da auch einfach nicht komfortabel genug. Auch wenn ihr da jetzt wieder drauf fahrt und sagt, ja Lars, das ist ein Performance-Fahrzeug, den muss nicht komfortabel sein, habe ich leider eine andere Meinung. Ich finde, da könnt ihr das zumindest mal versuchen. Aber gut, wie gesagt, versprochen ist versprochen. Ich frage die Kollegen von AMG, wenn ich sie das nächste Mal sehe, ob man da nicht was dran tun kann. Und für alle, die es nochmal hören wollen, einfach mal so, ich schalte jetzt noch einmal um auf Sport Plus, fahre hier gemütlich mit 50 und zeige euch jetzt nochmal kurz, warum ich den Motor an diesem Auto so mag. Und ich bin unter anderem deshalb. Übrigens gibt es hier eine Zwischengas-Funktion, wenn er schaltet. Und er schafft es auch, mit dem Automatikgetrieb mal eben zwei Dreigänge runterzuschalten, wenn es sein muss, auf einmal. Ja, es gibt tatsächlich schlimmere Schicksale. Aber wir wollen nicht zu schnell fahren. Zu schnell fahren ist keine Option. Ich schalte mal wieder zurück, sonst verleitet mich das Ganze zu Dingen, die ich nicht tun sollte. Nein, nein, nein. Aber der Klang ist schon gut, oder? Ja. Wir machen das noch einmal auf einem Fenster. Jetzt wird es ein bisschen windig, aber ich denke, einmal darf man das, oder? Einmal dürfen wir das noch? Ja. Also ich fahre jetzt 50. Achtung. Ach, unglaublich schön. Unglaublich schön. Doch, es macht Spaß. Ich kann das nicht leugnen. Und alle, die im Moment auf grün abfahren, ihr habt 100% recht. Das ist überhaupt nicht vernünftig. Null. Und ich versuche es sonst auch wirklich verantwortungsbewusst zu sein, aber manchmal muss man eben auch ein bisschen Spaß haben dürfen. Gehört auch dazu, wenn man davon redet, dass man lebt. So, jetzt geht es hier gemütlich mit 100% weiter. Das ist übrigens eine der Strecken, wo 100% Spaß macht. So, ich fahre jetzt mal eben die paar Kilometerchen noch zu Ende und dann schauen wir gleich mal, wo wir am Schluss unserer Strecke landen. Ich habe jetzt gerade mit meinem kleinen Ausflug hier noch so ein bisschen Sprit verbraucht, aber ich hoffe, es klappt trotzdem, dass wir noch ein bisschen was gut machen können. Wichtig bei den C63 oder C63 S ist, das Auto ist ein reiner Hecktriebler und damit habt ihr halt unglaublich viel Leistung auf der Hinterachse. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, denn das macht richtig viel Spaß, wenn man gerade in den Programmen Sport, Sport Plus oder Race unterwegs ist. Aber der bricht halt hinten auch gerne mal aus, denn das ist halt schon viel, was da auf die Hinterräder geht. Kann aber trotzdem relativ viel Spaß machen. Dennoch kommt es hier und da gerne mal überraschend, vor allen Dingen auf nassem Untergrund. Wie meine Frau so schön sagte, sie ist noch nie bei Regen so langsam mit einem so starken Auto gefahren. Sie sagt, den hier ruhig fahren ist eigentlich nicht möglich. So, jetzt sind wir unserer Tankstelle schon sehr nah. Also knapp zwei Kilometer. Ach, nur noch knapp ein Kilometer zeigt der mir so ganz an. Und ja, ich bin die letzten paar Kilometerchen auf der Landstraße normal ruhig gefahren, weil da war einfach zu viel Verkehr. Wie wir sehen können, bin ich bei 11,9 Litern gelandet. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Zahl. Dabei fällt mir was ein zum Thema Ruhigfahren, beziehungsweise eigentlich genau andersrum. Was das Auto übrigens serienmäßig mit an Bord hat, ist eine sogenannte Race-Start-Funktion. Das heißt nichts anderes, als dass der Wagen mehr oder weniger vollautomatisch schnellstmöglich beschleunigt. Das habe ich jetzt während dieser Probefahrt nicht ausprobiert, aber davor. Was man jetzt schön sehen kann, ist jetzt auf dem letzten Kilometerchen, wenn ich hier so ruhig rolle, jetzt eigentlich schon zu schnell, weil hier geht es bergab, bremsen, eben ruhig fahre, gleichmäßig fahre. Das sind so diese Überlandstrecken, wo man es eben nicht krachen lässt. Dann geht der Verbrauch runter. Ich bin jetzt schon wieder bei 11,8. Ich muss aber realistisch dazu sagen, wenn ihr jetzt eher der Typ seid, der sich spätabends oder nachts eine leere Landstraße sucht und da die Kuh fliegen lässt, dann kommt ihr nicht auf so einen Wert. Das könnt ihr vergessen. Das ist das Gleiche auf der Autobahn. Normal mitfahren und auch zügig fahren und zwischendurch auch mal sprinten funktioniert. Fahrt ihr nachts um drei auf eine fünfspurige Autobahn und blast mit 290, dann würde ich mich auf gar keinen Wert mehr einlassen. Ich würde auch gar keine Prognose mehr abgeben. Da weiß ich wirklich nicht, wo es liegt. Aber wie gesagt, wenn ihr normal fahrt mit dem Auto und habt zwischendurch mal ein bisschen Spaß und traut euch mal ein bisschen Gas zu geben, denke ich, dass dieser Wert so mit 12, würde man sagen, 12 bis 14 Litern wahrscheinlich realistisch ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 11,8. Wir haben 100 Kilometer. Wir sind an unserer Tankstelle und jetzt wird getankt. Jetzt schauen wir doch mal, was da tatsächlich rein muss. Das war meine Probefahrt im Mercedes-AMG C63 S, der aktuell schnellsten C-Klasse im Markt. Bevor wir über den Verbrauch reden, mal kurz noch ein paar Sachen zum Auto im Allgemeinen. Also, wenn ich mir das Interieur anschaue vom Wagen, das ist einfach nur schön. Da gibt es für mich auch nichts zu meckern, nichts zu mäkeln. Materialien, Verarbeitung, Optik, alles wirklich super klasse. Das Platzangebot vorne für Fahrer und Beifahrer wirklich gut, auch für große Menschen wie mich. Mit 1,95 sitzt es richtig gut im Auto. Allerdings gibt es einen kleinen Abzug, wenn es um das Thema Komfort geht, denn das Fahrwerk ist halt extrem straff, auch im Komfortmodus. Und der Sitz, das ist halt ein Performance-Sitz, der ist nur bedingt langstreckentauglich. Thema Rückbank, da passe ich so gerade eben rein. Aber bequem ist das wirklich nicht. Aber ich denke, wenn vorne ein normal großer Fahrer sitzt, würde hinten auch ein normal großer Erwachsener noch bequem Platz finden. Exterieur-Design, was ich gut finde beim Auto, er ist nicht ganz so weit weg von der Optik, von der normalen C-Klasse. Aber man sieht nur sofort die Kraft an, die er hat. Und davon hat er reichlich mit 510 PS. Macht er einfach richtig Spaß. Und wie viel Wumms der auf der Autobahn hat, das habe ich ausprobieren dürfen während einer längeren Fahrt. Wirklich richtig klasse. Einfach nur wirklich richtig Spaß beim Autofahren. Jetzt aber zu dem Thema, um das es beim Fahrzeug gegangen ist, bei dem Test, nämlich den Verbrauch. Mercedes AMG gibt das Fahrzeug an mit 9,9 Litern im Durchschnitt auf 100 gefahrene Kilometer. Den Wert haben wir natürlich nicht erreicht. Ich bin ganz normal gefahren. 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Habe auf der Autobahn ja auch mal Gas gegeben, weil das macht man mit so einem Auto. Mit dem fahre ich einfach nicht die ganze Zeit 130. Und hatte am Schluss an der Tankstelle eine Anzeige 11,8 Liter. Überhaupt kein Wert, der mich irgendwie überrascht hat. Denn bei so einem Auto hatte ich eigentlich mit deutlich mehr gerechnet. Und getankt habe ich 12,5. Also auch da ist die Differenz wirklich absolut in Ordnung. Und das ist eben dann doch nicht der Benzinvernichter, für den man ihn gerne hält. Mit dem Auto, wenn man ihn normal fährt, kann man bei rund 12 Litern ganz locker auskommen. Klar ist, tretet ihr den über die Autobahn nonstop Vollgas, wird die Zahl eine völlig andere sein. Schafft aber in Deutschland gar keiner mehr. Denn dafür haben wir einfach A, viel zu viel Verkehr und B, viel zu viele Schilder, die im Weg sind. Und dann ist da noch eine Sache, die mir nicht so richtig gefällt. Das ist der Preis. Der wird keinem von euch gefallen, weil der fängt halt an bei 86.000 Euro. Hat dann so ein paar Sachen in der Ausstattung nicht drin, die ich erwarten würde. Wie zum Beispiel eine Sitzheizung und elektrisch verstellbare Fahrersitze. Das sind einfach Dinge bei so einem Basispreis, die hätte ich mir eigentlich serienmäßig gewünscht. Aber nichtsdestotrotz, mit der Ausstattung und den Extras, die wir an Bord haben, liegt dieses Auto bei über 120.000 Euro. Das ist wirklich kein Schnäppchen und leider ist er dafür auch für mich ein bisschen zu teuer.